Hallo, hier ist das Weichkopf-Sofer und er hat gerade so gesagt. Das war mein Zeichen, oder? So. Ja, wir spielen Diago Reborn of Souls. Und was spielen wir jetzt? So. Welche Mission meine ich? So. Hast du auch keine Ahnung von, ne? Das steht immer, der Text steht immer da. Findet das Tor zur Aase in der überfluteten Halle. Äh, warum gehst du dann durch dieses Ding? Warum nicht? Ist das denn da lang? Im Zweifel kann ich auch mal hier auf der Karte gucken, oder? Ja, kannst du auch. Aha. Wohin? Dahin. Er lädt sich ein Wolf. Toll. Ich führ mal zurück zu dir. Weil wir müssen hier in die Condanlisation. Oh Mist, jetzt kriege ich einen Autofrag. Toll. Ich hab einen Pfeil. Und du bist so schnell. Er ist so schnell. Ja, jetzt rede ich erstmal mit El Königssohn. Aber ich rede nicht mit ihm. Der kleine Verräter-Sacke. Na, das ist ja der Gute. Sicher? The Good One. Der mag uns ja. Meinst du? Der ist nicht der mit dem bösen Dämon in sich. Na gut, wenn du das weißt. Ja, ja, ja. Wagen wir schon mal? Ja, hier noch nicht, nein. Achso, dann muss ich mich kampfbreit machen, meinst du? Wäre besser. Hier ist ja nichts. Hier ist nichts los. Finde die Oase von da. Bist du sicher, dass wir hier lang müssen? Äh, wo ist denn das hier? Achso, gut, dass er zu? Muss das hier sein? Boom. Kopfschmerzen. Also, dass seine Kopfschmerzen wird, der reicht nicht mehr. Um dich ja aus dem Leben zu nehmen. Wir sind well under-ecliped. Wir sind under-ecliped. Wir sind under-ecliped, ja. Er hat jetzt fliegt, aber wahrscheinlich auch, ja. Oh, da kommen wieder diese Flug-Nars-Scheiß-Teile da. Flug-Nars-Scheiß-Teile, hey! Ich hab's gewusst. Was hast du noch nie von Flug-Nars-Scheiß-Teilen gehört? Nein, ich noch nicht, ja. Hast du immer noch ein paar Probleme, oder was? Nicht? Ach, die Bienchen meinst du da, die... Ja, diese blöden Span-Teile da, die Nerven. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Was ist das Geröll hier? Was soll das denn? Mein Laser, geil. Voll-End-Laser. Oh, ich zieh die extra an einem Platz und er zieht sie mit seinem Pferd weg. Das will das Pferd mal ab, das ist doof. Ich komm hier irgendwie nicht mal raus. Ja, das kommt davon. Wärst du bei mir geblieben, wären die alle schon W-E-C-H, ne? Oh, hier ist irgendwo ein kleiner Gnom. Hast du gesehen? Nein, ich hab gesehen, dass ich gesappt wurde von einem Gegner, der sich zu mir heranzieht. Der Gnom haut ab, der Gnom haut ab. Ist mir egal. Ich bin gefangen. Hilfe, ich bin gefangen. In... K... 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 Ich sag dir, so paar Slatty's, die haben ganz schön Aufregung in mir erzeugt. Ein paar was? Aufregung erzeugt. Aufregung ist aufregt. Nein, ein paar was hat bei dir Aufregung erzeugt? Die Slatty's. Was für Slatty's? Skelette, Slatty's. Ah, aha. Also Skelette sind Slatty's. Ja, genau. Kennst du sie? Da rauf. Ja, ich weiß. Nein, kenne ich nicht. Ich kenne Slatty's. Das sind aber andere Sachen. What? Slatty's ist auch was anderes, da hast du recht. Was ist das hier? Weg zur Oase? That's the way. Aha. Aha. I like it. Aha. Aha. Ach, ich kenne das doch. Das ist ein riesengroßes Ding. Oh, der ist gut. Der ist gut, ne? Der ist golden. Der Herr der Verrückten, der passt zu dir. Ja, das stimmt. Der ist gut. Ich zieh hier mal nicht raus. Besser ist das. Besser, dass das ist? Wo geht er da eigentlich hin? Ich bin nicht der Einzige, der Säure macht. Das ist nicht nett. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Äh. Äh. Nimm die ist so schuft. Du Popelgesicht. Popelgesicht. Ey. Äh. Weiter. Hab ihn gleich. Mein Laser macht auch grad was. Ich weiß nicht was, aber er tut's. Ich kann durchreiten. Ich kann durchreiten. Gute Idee. Ich sterbe. Sei da. Ey. Kann man was aufhören? Und dieses Gesocks hier. Ja, ist gleich vorbei. Ich hab ihn gleich. Dieses komische Grünzeug hier. Nein, er ist bei mir. Ingo ist Herr der Vernichter. Oder Vernichter oder der Verrückten. Er ist gleich vorbei. Glaub mir das. Da. Kopfschmerz-Splatte war das. Genau. Meine Ibuprofen. Ui. Da ist noch einer. Äh. Wieso bist du weggerannt? Nicht weggerannt. Aber die Frage des Standpunktes. So wird man weg. Toll. Metzl, Metzl, Metzl. Gleich weg operiert. Süß, du maßisch wird in einem Hammer weg operiert. Nimm dies. Also mein Sperrfeuer macht echt so, du siehst den roten Balken. Mein Sperrma? Sperrfeuer. So. Was mein Sperrma macht, geht dich gar nichts an. Boom. Danke dem Kinds gut. Danke der Nachfrage. Müssen wir nicht hier unten runter? Nein, wir müssen die vergessenen Ruinen betreten. Ist das hier die vergessene Ruine? Hier gab es tausend Geld. Nein, er will es nicht haben. Vergessene Ruine? Na gut. Du liest wieder nicht, was wir tun müssen. Wen interessiert Mission Text? Sag mal ehrlich. Du fragst mich jedes Mal, was wir tun müssen und sagst, wen interessiert Mission Text. Kann ja nicht jeder mich dabei haben, der ihm den Text vorliest, oder? Das heißt einfach nur Tier. Geil. Tier. Deine Fernkampfwaffe ist cool. Ich würde auch mal andere Charakter spielen, wenn man MG, das war so cool. Du musst dir einfach nur eine von deinen anderen Fähigkeiten aussuchen. Der hat aber keine MG. Der tut aber keine MG. Ja, aber der hat auch Fernkampfwaffen. Hallo. Hat er. Hallo. Hat er. Hat er. Hallo. 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 Da, 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 da. Bumm. Kopfschmerzabettel. Ähm, hat nicht gewirkt. Scheiße. Oh, es wirkt schon. Nein, nicht das. Äh. Lasern. Du hast da was vor dir stehen. Dein Panda-Bär wieder riesengroß. Ja, habe ich gerade vor mir den rausgeholt, oder wird er ein bisschen größer. Das geht dann schon. Oh, ich muss gerade wieder meinen Manna aufpumpen, ne? Zorn, muss ich aufpumpen. Zorn, gib mir zorn, Joanna. Dein Panda-Bär hat gerade ein Feuerball aufgesogen. Dafür ist er da. Wie lieb von ihm. Er ist der Vorkoster, weißt du? Er saugt alles vorher auf. Oh, noch nicht bereit. Scheiße. Komm mit. Da war kein Tornado. Hallo? Kannst du nicht überhaupt, dass ein Tornado war? Nee, aber säure. Aber egal. Na, das ist eure Hütte. Hier ist noch eine Hütte. Eine Hütte. Alter, halt die Hütte. Alter, halt die Hütte. Ja, ja. Voll vom Holz. Oder so ähnlich. Bumm. Nicht. Hau ab. Nimm dies. Nimm das. Nimm das. Nimm ein Laser von mir. Ja. Könnten auch dieses Buch noch aufschneiden. Was ist das nicht für einer? Ich hab's auch. Ein Händler. Ich weiß, war wahnsinnig hier. Aber nichts Gutes dabei. Richtig. Verkaufen. Könnten wir verkaufen, ja. Rüstung. Kritische Treffer. Ja, das verkaufen wir schon mal. Was ist das? Ein Streitkolben mit 580 Intelligenz. Ja gut, ich hab 708. Das hilft mir da nicht. Aber ist der einhändig? Das weiß ich nicht. Könntest du mal ausprobieren. Ja. Dafür musst du ihn kaufen, meinst du? Oder was? Nee, nein, nein. Ich bin beim Verkaufen. Aber er macht ja auch weniger Schaden. Das macht also keinen Sinn. Also verkaufe ich ihn. Aber ich wundere mich gerade, was ich da alles habe. Halt. Also reparieren. Das ist schlechter. Nein. 403 zu 730. Ja, nur die Rüstung. Ja, genau. Ja, genau. Hm. Verwärmte Axt. Ja, das ist ja geil. Ja, das ist ja geil mit meiner Fernkampfwaffe da auch einmal runterballern, ne? Ja, da konnte ich ranbleiben. Äh, muss ich alles triggern? Ich sehe nur immer den roten Balken, der mal weniger wird, wenn ich da raufhalte. Ich muss da nicht mal runtergehen. Äh, Mama. 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 So, noch was? Unsichtbar, das ist ja geil. Nein, ist das nicht. So, hinfaut. Bobble, Bobble. Äh, nee, halt hier nach Norden. Ach, geht das erst später auf? Ja. Jetzt noch nicht. Wasserfall. Ist er dumm? Er ist tot. Achso. Aber dumm war da nicht, ist egal, er ist tot. Äh, das ist das Gleiche. Weil das hier, oh. Ein Dünen-derisch. Oh, das tut weh. Was war das? Schön geflogen. Hut ab. Also in meinem Spiel ist er schön geflogen. Oh, ich bin falsch geflogen. Falsch geflogen. Haha. Wo bin ich? Wo bist du? Und wie viel? Alter, ey. Mit dir zu spielen, wenn du mal weiter rennst, ist echt ätzend. Ich renne da nicht. Ich bin nur ein kleines Stück gegangen. Wenn hier jeder Schritt zu weit ist, dafür kannte ich ja nichts. Nimm dies, nimm das, nimm jenes. So, mach es. Aber wie viel sind denn von denen hier? Alle weg. Hier ist noch ein Lagerfeuer. Wo ist man eigentlich hin hier? Ein Lager willst du jetzt Mundharmonika blasen, oder was? Lager blasen? Was willst du? Am Lagerfeuer bläst man auch die Mundharmonika. Achso. Am Lagerfeuer lasse ich mir meine Mundharmonika blasen. Was wir auch anders sagen wollen? Oh Gott. Es ist nicht Jugendfrei. Tut mir leid. Es tut mir doch so leid. Es tut mir so leid. Tut es nicht. Du hast recht. Kommt die Jungs eigentlich ja hier? Habe ich die gerade aufgemacht? Ja, ich glaube schon. Oh, Fesul ist da. Oh, Fesul ist da. Wer ist das? Wer ist Fesul? Der hat uns mal umgebracht, glaube ich, oder? Wieso? Der passt nämlich nicht in diesen Level rein. Warum? Warum nicht? Nö. Das kommt nicht so. Der tut es noch niemals in diesen Level hier. Doch. Meinst du? Ja. Das siehst du doch. Ja, manchmal hast Spawn hier ja auch gegnern, die uns schon mal umgebracht haben. Ja, aber die heißen dann auch irgendwie so. Die haben dann die Namen. Der Rächer der Enterbten oder so. Er ist aber gleich tot, ja. Da los, komm. Gib mir Zorn. Der Platz, und da kommen wieder andere. Das ist doch. Boom. Ein goldenen Ring, guck. Was spritzt du eigentlich immer hier rum? Was soll das? Bist du der Rumspritzer? Ich bin der... Also ich glaube, das ist nach rechts, auf der rechten Seite. Das sind immer noch meine Schleimbolzen, die dann da 600% Waffen schaden. Ich glaube, ich kann hier 5 Sekunden machen. Toll. Ey, ziehst du mich auch ran, oder was? Ja, auch geil, oder? Fins? Ne. Macht mich das geil? Nein. Das macht mich eigentlich überhaupt nicht geil. Kopfzeug. Da blinkt was. Hier, blinkt was. Hier, blinkt was. Da, hab's gefunden. Im Besitz von dem Kopf eines irren Zauberers, würde ich ihn auch unterstecken. Tschüss. Kann ich auch, guck. Die Vergessene Runen findet Zollumskulskopf irgendwas. Ja. Ja. Dann such mal seinen Kopf. Und, schon gefunden? Ich wollte auf dich warten. Du hast wieder Angst im Dunkeln allein, sei doch ehrlich. Wir müssen jetzt sowieso aufhören, glaube ich, oder? Ja. Es ist Schicht im Schacht. Du hast immer so genau ins Spielverderber. Du bist mir nicht, du hast recht. Ja, geil, ey. Ich glaube, wir verstehen was anderes, untergeil. Du hast recht. So. Ich bin da. Ich bin dort. Gut. Dann sind wir ja beide da. Geht ja schon auf die Pumpe, ey. Alter Schwede, ey. Ey, Pumpe. Ja, Qual ist tatsächlich, wir sind noch under-equipped. Wir müssen uns noch besser... Ja, das ist aber auch ein gewisser Reiz, ne? Dass man so ein bisschen eins auf die Fresse kriegen kann, ne? Ein bisschen wie Fight Club. Wir gehen mal eben vor die Tür, dann zeig ich dir, was ein gewisser Reiz ist. Ah, ein gewisser Reiz. Gereizt. Hallo. Ein gewisser Reiz. Digitales. So. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.